Einige haben gesagt, was nutzt uns Dua, wenn wir ein Schwert aus Plaste haben? Dua nutzt nicht. Du brauchst kein Dua zu machen. Auzubillah, möge Allah uns bewahren. Wenn du kein Dua machst, dann was bist du? Wenn du an Allah, subhanahu wa ta'ala, dich nicht richtest, und du sagst, ja Allah, und du machst mit Gebet, dann an wen? Sollst du die Türe von wem klopfen? Von den Menschen? Die Menschen werden dir helfen? Die Menschen werden dir geben und von dir wegnehmen? Oder das macht Allah, subhanahu wa ta'ala. Wer bringt, wer lässt uns sterben, wer gibt uns das Leben? Wer bringt uns ins Paradies oder in die Hölle? Allah. Und bevor wir die Menschen fragen, müssen wir erstmal Allah, subhanahu wa ta'ala, bitten. Und deshalb sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, subhanahu wa ta'ala, hat gesagt, bittet mich, ihr sollt mich bitten, ich werde das annehmen, akzeptieren, erhöhen. Diejenigen aber, die sich von meiner Ibadah abwenden und die sind arrogant bezüglich meiner Ibadah, sie werden in die Hölle kommen. Wenn du Allah nicht bittest und wenn du von Allah, subhanahu wa ta'ala, nicht verlangst, dann von wem? Wen willst du bitten, dass er dir hilft? Aber das ist unser Problem. Wir gehen zu den Feinden und wir bitten sie, dass sie uns schützen und wir wissen, dass diese Feinde selber sich wünschen, dass sie uns vernichten. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, uns bewahren.